Er hat die gegen ihn erhobenen Vorwürfe umfassend eingeräumt und ist geständig. Er hat über eigene Straftaten hinaus auch Aufklärungshilfe geleistet, also weitergehende Erkenntnisse letztlich geliefert. Im Rahmen der Vernehmung gab der Beschuldigte an, dass er bei den unberechtigten Datenausspähungen und den anschließenden Veröffentlichungen allein agiert hat. Die bisherigen Ermittlungen haben noch keine Hinweise auf eine Beteiligung von Dritten ergeben. Das ist Gegenstand der Ermittlungen und wird im Rahmen der weiteren Ermittlungen umfassend geprüft. Zu seiner Motivation, insoweit bitte ich Sie im Verständnis, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt natürlich noch kein abschließendes Bild geben können, gab der Beschuldigte an, dass er die Daten ausgespäht und veröffentlicht hat, und zwar weil er sich über die betroffenen Geschädigten aufgrund von bestimmten öffentlichen Äußerungen geärgert habe. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017